Und wir wollen direkt mal live nach Moskau schauen, denn mitten im Krieg will Kreml-Chef Putin ja nun seine Macht noch einmal absichern. Wir sehen hier Live-Bilder aus einem Wahllokal in Moskau. Die Präsidentschaftswahlen, die haben inzwischen begonnen. Drei Tage lang soll das Ganze gehen, ist natürlich ein großes Land mit vielen Zeitverschiebungen. So soll tatsächlich gesichert werden, dass es dann auch ein Rekordergebnis für Wladimir Putin gibt mit einer ordentlich hohen Wahlbeteiligung. Allerdings, wir sprechen hier auch von Scheinwahlen, denn das Ganze ist zwar frei, aber fair ist es auf keinen Fall. Wladimir Putin will aber auf jeden Fall erreichen, dass er eine hohe Wahlbeteiligung bekommt. Und jetzt schauen wir nochmal live nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Also Christoph, rund um diesen Wahlbeginn hören wir nun, da haben ukrainische Bodentruppen massiv Ziele im russischen Kernland angegriffen. Welche Folgerungen ziehst du jetzt daraus? Vielleicht noch kurz ein Wort zu diesen Präsidentschaftswahlen hier in Russland. Das Ganze ist klarerweise reine Formsache. Und am Ende dieser Wahlen werden wir eine Wahlbeteiligung haben von rund 72, 73 Prozent. Und Wladimir Putin wird diese Wahlen gewinnen mit 82, 80, 83 Prozent der Stimmen. Das ist meine Prognose. Und jetzt heißt es von einem russischen Militärexperten, Boris Rogin, wer behauptet, dass diese Wahlen langweilig seien, der solle sich doch mal angucken und daran erinnern, was im Süden Russlands passiert. Da sterben hunderte Ukrainer, um eben zu versuchen, diese Wahlen zu überschatten, zu sabotieren. Und Boris Rogin meint eben, die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf das russische Kernland, das ist sicherlich ein Versuch, diese Wahlen zu überschatten. Wladimir Putin diesen Feiertag zu verderben und auch ein Versuch der Ukrainer, dem Westen Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Denn das, was wir da erleben, diese Angriffe auf russisches Kernland, die Provinzen Kursk und Belgeret, das sind keine üblichen Sabotage-Trupps in Stärken von 10, 15 Mann oder Drohnenangriffe der Ukrainer, wie wir sie fast täglich erleben auf russisches Kernland. Das sind komplette Verbände in Kompaniestärke mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Panzern, die versuchen, auf russisches Kernland einzudringen und sich da festzusetzen. Da gab es gestern in der Nähe von Belgeret, dieser südrussischen Stadt, also alles russisches Kernland, bei Kosinka sogar eine ukrainische Luftlande-Operation. Da ist wohl ein Helikopter in diesem kleinen Dörfchen gelandet mit einer Kommandoeinheit und auch die Soldaten haben versucht, sich festzusetzen. Es gab also massive Kämpfe und wie wir jetzt hören von russischen Militärbloggern, scheint es den Russen gelungen zu sein, die Ukrainer zurückzudrängen. Die Ukrainer sind wohl wieder jenseits der russischen Grenze, also auf ukrainischem Gebiet. Aber es steht eben hier für die Russen zu befürchten, dass die ukrainischen Truppen auch an diesem Tag, heute, am ersten Wahltag, wieder angreifen werden. Also das Ganze ist wirklich höchst brisant im Augenblick im Süden von Russland und es steht eben tatsächlich zu befürchten, dass sich das jetzt über die ganzen nächsten Tage, solange diese Wahlen andauern, auch fortsetzen wird. Christoph, du hast es schon angesprochen, blicken wir auf die weiteren Kampfgebiete, auch in der Ukraine selbst. Welche Informationen hast du genau dazu? Also es gibt diesen Brennpunkt nach wie vor, über den wir seit Tagen, Wochen sprechen. Das ist die Provinz Donetsk und der Druck ist nach wie vor groß der Russen dort in der Provinz Donetsk. Es geht da um Städte, die wir schon seit langem immer wieder besprechen. Die Russen, Bachmut, Avdeevka, Nowomikhailovka und alles, was da westlich von diesen Städten liegt, das ist Kampfgebiet. Und da versuchen die Russen, Lücken zu finden in den ukrainischen Verteidigungslinien, da reinzustoßen. Und dann den Erfolg, den sie da in der letzten Zeit erzielt haben, das ist eine Tatsache, eben auszuweiten. Und jetzt heißt es von den Ukrainern, dass man wohl beobachtet, dass die Russen versuchen, Reserven, also neue Truppen, mehr Truppen in die Kämpfe zu werfen, um eben den Druck aufrechtzuerhalten, um den Ukrainern keine Gelegenheit zu bieten, in Ruhe ihre Verteidigungslinien zu stabilisieren. Das ist es, wie es momentan aussieht. Und wenn man sich überlegt, jetzt dauert dieser Krieg schon mehr als zwei Jahre, kommt da nicht allmählich langsam mal der Wunsch auf, vielleicht bei beiden Kriegsparteien doch zu verhandeln? Leider kann ich das überhaupt nicht beobachten. Die Russen werfen immer neue Truppen in die Kämpfe dort und versuchen immer mehr ukrainisches Territorium zu erobern. Und die Ukrainer halten dagegen, was sie können. Also es ist nach wie vor eine absolut verfahrene Situation und überhaupt keine ernsthafte Verhandlungsbereitschaft zu erkennen, bei beiden Seiten. Christoph, vielen Dank für diese ganz aktuellen Infos und Einschätzungen aus Moskau. Fassen wir nochmal zusammen. Nach mehr als zwei Jahren Krieg gegen die Ukraine wählt Russland also ab heute drei Tage lang einen neuen Präsidenten. Wobei ja schon klar ist, der neue, der wird der alte sein. Wladimir Putin wird auch in den kommenden sechs Jahren im Kreml bleiben und eine fünfte Amtszeit antreten. Ja, vielleicht ist ja zum einen liegt das daran, weil er das Riesenreich fest im Griff hat und jegliche Opposition im Keim erstickt. Der Tod seines schärfsten Kritikers Alexei Nawalny ist ja das Paradebeispiel dafür. Zum anderen aber, weil nur drei Gegenkandidaten überhaupt zugelassen wurden und sie alle gelten als Putiner und sind damit auch keine ernstzunehmenden Gegner für den 71-Jährigen. Russland wählt einen neuen Präsidenten und der Sieger steht schon fest. Ernstzunehmende Konkurrenz gibt es nicht für Wladimir Putin, zumindest nicht auf den Stimmzetteln. Zwar stehen offiziell drei weitere Kandidaten zur Wahl, aber die sind allesamt von Putins Knaben. Bewerber, die sich gegen seinen Krieg in der Ukraine stellten, wurden wegen angeblicher formaler Fehler ausgeschlossen, die Opposition seit Jahren gewaltsam unterdrückt. Für die Witwe des getöteten Putin-Kritikers Nawalny ist die Wahl eine Farce. Sie sind völlig fiktiv und gefälscht. Putin wird sich jedes Ergebnis holen, das ihm gefällt. Es kann 80 oder sogar 180 Prozent betragen, aber wir können diese sogenannten Wahlen immer noch gegen ihn nutzen. Den Wahltag nutzen, um zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir viele sind. Wir sind real lebende, echte Menschen und wir sind gegen Putin. Bis Sonntag sind rund 112 Millionen Menschen in Russland und den besetzten Gebieten in der Ukraine aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der Krieg war kein Wahlkampfschlager. Aber dafür sind für die Stimmabgabe mitunter skurrile Belohnungen ausgelobt. Vom kostenlosen Mittagessen über Staubsauger bis zum neuesten iPhone. Neben den Zustimmungswerten besonders wichtig für Putin eine hohe Wahlbeteiligung. Traditionell sind beide Werte in Regionen wie Tschetschenien besonders hoch. Weil dort eben mit Gewalt natürlich agiert wird. Das funktioniert so in Moskau nicht. Und da arbeitet man mit bestimmten Fonds der Manipulation, die manchmal mehr oder weniger offensichtlich sind. Dass eben auch diese Pflicht in Anführungszeichen herrscht für die Leute, die ihren Job erhalten wollen im staatsnahen Sektor. Und dann wird so ein paar Prozent noch dazu gefälscht. Wenn es schon keine freien und fairen Wahlen gibt, bleibt nur der symbolische Protest. Und genau dazu ruft Nawalny-Witwe Julia Nawalna ja auf. Sie müssen alle am gleichen Tag und zur gleichen Zeit am 17. März um 12 Uhr ins Wahllokal kommen. Sie können für jeden Kandidaten stimmen, außer für Putin. Sie können den Stimmzettel ungültig machen. Sie können Nawalny in fetten Buchstaben darauf schreiben. Nawalny. Obwohl der Wahlsieger nicht in Frage steht, führte Putin einen intensiven Wahlkampf mit Medienauftritten, mit Studierenden in Fabriken oder im Kampfjet. Die Wahl soll ein Zeichen ans In- und Ausland senden. Seine Macht negativiert. Und es gibt viele Reaktionen zu dieser Wahl. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth zum Beispiel von der SPD, der hat auch sehr scharfe Kritik geübt. Das sind Fake-Wahlen, die mit freien, fairen, allgemeinen Wahlen nichts zu tun haben. Aber Putin scheint ja sehr besorgt zu sein. Er wünscht sich wahrscheinlich ein stalinistisch-kommunistisches Ergebnis von über 90 Prozent. Deswegen hat er auch alle möglichen demokratischen Gegenkandidatoren ausgeschlossen. Und diese möglichen Kandidatinnen und Kandidaten ausgegrenzt. Für mich ist es aber auch wichtig, deutlich zu machen, diese Fake-Wahlen in einem Unrechtsregime dürfen vor allem auch dort nicht anerkannt werden, wo die Wahlen völkerrechtswidrig stattfinden, nämlich auf den derzeit von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Und es gibt weiter Wirbel um den Ukraine-Krieg, denn der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, hat eine Debatte über das Einfrieren des Ukraine-Krieges angeregt. Und dieser Vorschlag stieß natürlich auf heftige Kritik. Der CDU-Ausbieter Röttgen zum Beispiel sprach auf der Plattform X von einem unglaublichen Vorschlag. Ja, die Sozialdemokraten, die verabschieden sich von dem Ziel, den Krieg Putins zum Scheitern zu bringen, so Röttgen weiter. Zuletzt hatte Papst Franziskus der Ukraine empfohlen, den Mut zu haben, so wörtlich die weiße Fahne zu hissen und mit Russland über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Allerdings ruderte der Vatikan bereits zurück. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen? Und deswegen sage ich Ihnen auch, deswegen sage ich Ihnen auch, das Interview des Papstes mag verstörend, unglücklich gewesen sei in seiner Wortwahl, aber sich für den Papst zu schämen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner aus Ihren Reihen? Ich finde, das wird einer angemessenen Diskussion über die Situation des Krieges in der Ukraine nicht gerecht. Das müssen wir einordnen lassen von Gerrit Sebald für uns im Bundestag. Guten Morgen, Gerrit. Also es ist ja bekannt, Mützenich ist ja genau wie der Kanzler ein großer Gegner der Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine. Aber diese Äußerungen jetzt, fällt er dem Kanzler damit im Rücken oder aber wird er von dem Kanzler vielleicht sogar vorgeschickt? Ja, man kann schon die Überlegung anstellen, ob Rolf Mützenich hier ein Ausstiegsszenario skizziert, was vielleicht auch der Kanzler schon seit Längerem im Hinterkopf hat. Denn die Stimmen werden lauter, auch auf EU-Ebene in Diplomaten kreisen, dass man glaubt, die Ukraine könne womöglich diesen Krieg eigentlich nicht mehr gewinnen, beziehungsweise die bisher verlorenen Gebiete nicht mehr zurückerobern. Und das war bisher immer die Position eigentlich zu sagen, die müssen zurückerobert werden. Das war die Position der NATO, das war die Position der EU, das war die Position auch der Bundesregierung. Und wenn man jetzt quasi der Meinung ist, das ist so unmöglich, hier der Kanzler mit seinem Fraktionsvorsitzenden langsam aber sicher eine Art Ausstiegsszenario zumindest vorbereitet oder sich das zumindest offen hält, zu sagen, irgendwann müssen wir dann doch eine andere Lösung finden, weil die Ukraine eben diese Gebiete nicht zurückerobern kann. Gerrit, die Reaktionen darauf sind natürlich scharf. Norbert Röttgen ist ziemlich sauer, aber auch André Melnyk, der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, hat sich geäußert. Er twitterte wörtlich, ja, dieser Typ, also Mützenich, war und bleibt der widerlichste deutsche Politiker für immer und ewig. Das sind natürlich ziemlich harte Worte, aber was zeigen diese Äußerungen? Naja, sie zeigen wahrscheinlich, dass es auch eine Gegenposition gibt zu diesem Ausstiegsszenario. Und zwar, wenn man der Meinung ist, die Ukraine würde gerade verlieren und hätte eigentlich keine Chance mehr zu sagen, naja, dann müssen wir eben noch mehr tun und eben die Ukraine in eine Lage versetzen, dass sie sich eben doch wieder gegen die russische Aggression wehren kann. Und diese Stimmen gibt es ja auch in der Bundesregierung. Die gibt es bei den Grünen vor allem, die ja eigentlich der lauteste Kritiker ihres eigenen Kanzlers, also aus der eigenen Koalition ist. Und deswegen man eben davon ausgehen kann, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist, zumindest nicht alle glauben, dass alles verloren ist. Und man sagen muss, nein, wir müssen eben die andere Richtung einschlagen. Und wir müssen jetzt sagen, wir müssen noch mehr liefern und jetzt endlich dafür sorgen, dass die Ukraine in der Lage ist, sich auch aktiv gegen die russische Aggression zu wehren. Gerrit, danke für diese Einordnungen in den Bundestag. Da wird sicherlich noch einiges kommen und du wirst das für uns natürlich beobachten. Tja, und auch Frankreichs Präsident Macron hat sich zum Thema geäußert. Er hat erneut vor den Folgen für Europa gewarnt, sollte Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen. Es sei wichtig, dass daher keine roten Linien gezogen werden, da dies dem Kreml nur Schwäche signalisieren würde, das sagt er in einem TV-Interview. Und das bedeutet, dass der Westen auch weiterhin über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nachdenken muss, so Macron weiter. Aus seiner Sicht muss sich Europa auf einen Krieg vorbereiten, wenn es Frieden haben will. Der französische Präsident äußerte sich vor dem heutigen Treffen mit Kanzler Scholz und dem polnischen Premier Tusk im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks in Berlin. Scholz lehnt ja eine Entsendung von westlichen Bodentruppen in die Ukraine weiterhin strikt ab. Wir schauen auf den Nahostkonflikt, denn wegen der humanitären Not im Gazastreifen hat das Europaparlament Israel zur Öffnung aller Grenzübergänge für Hilfslieferungen aufgefordert. Ein schneller, sicherer und ungehinderter Zugang für Lebensmittel und andere Güter sei dringend notwendig, heißt es in einer Resolution, die in Straßburg verabschiedet wurde. Unterdessen hat das israelische Militär Hilfslieferungen auch über den Grenzübergang Karem Shalom zwischen Ägypten, Israel und dem Gazastreifen ermöglicht. Dabei arbeitet Israel mit einer internationalen Gemeinschaft zusammen, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe die Menschen tatsächlich dort auch erreicht. Die Hilfslieferungen aus der Luft haben in den vergangenen Tagen bereits zugenommen. Auch Deutschland wird sich neben den USA, Frankreich und Jordanien daran beteiligen. Im Bundestag dürfte es heute hochhergehen, erneut, denn es geht um das heikle Thema Migration. Im Mittelpunkt der Flüchtlingskrise steht dabei vor allem die weiterhin hohe Belastung für die Länder und Kommunen. Die Kritik an der Ampelkoalition richtet sich vor allem an die fehlende finanzielle Unterstützung Berlins und das Problem der Unterbringung. Ja, der Ort Gardebusch in Mecklenburg-Vorpommern, der ist dabei eine Art exemplarisches Beispiel. Die knapp 6000 Einwohner zählende Gemeinde macht sich wegen eines geplanten Containerdorfes für zusätzlich bis zu 150 Flüchtlinge große Sorgen um die Sicherheit. Erhitzte Gemüter in Gardebusch in Mecklenburg-Vorpommern. Hier sollen bis zu 150 Flüchtlinge untergebracht werden. Zunächst in Containern, später dann in diesem Polizeigebäude. Sehr zum Unmut vieler Menschen aus dem Städtchen und seinen Nachbargemeinden. Sie fühlen sich von der Politik übergangen. Die Landesregierung ist dafür da, den Willen des Volkes zu vertreten. Und das ist hier als solches absolut nicht geschehen in meinen Augen. Eigentlich hat man die Nase voll von diesen ganzen Flüchtlingspolitik, was sie uns so als Flüchtlingspolitik verkaufen. Die Regierung hat versprochen, das zu reduzieren. Aber was passiert, es kommt immer mehr. Und das sind ja keine Kriegsflüchtlinge mehr, das sind alles soziale Flüchtlinge, also Wirtschaftsflüchtlinge. Tino Schoman, CDU-Landrat von Nordwest-Mecklenburg, versteht die Sorgen der Bürger. Eine Infoveranstaltung zu den Flüchtlingsheimplänen in Gardebusch am Abend verläuft friedlich, aber... Nichtsdestotrotz wurde auch hier wieder deutlich, dass die Kommunen am Ende der Nahrungskette sind, wenn es darum geht, entsprechend die Kapazitäten zu schaffen. Das habe ich hier auch nochmal deutlich gemacht und dass wir als kommunale Ebene regelrecht absaufen und die Bundesregierung nichts tut. Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres haben 50.000 Menschen in Deutschland Antrag auf Asyl gestellt. Den Zustrom begrenzen wollen Bund und Länder unter anderem durch die Umstellung von Barzahlungen auf eine Bezahlkarte für Flüchtlinge. Doch eine entsprechende Gesetzesänderung wird nun von den Grünen verzögert. Sie sehen noch Klärungsbedarf. Wir schauen uns ja das an, was in den Prüfaufträgen von Seiten der Bundesregierung an uns übermittelt wurde. Das machen wir so lange, bis wir dann auch eine gute Lösung gefunden haben am Ende. Bei der Opposition stößt die Blockadehaltung auf Unverständnis. Diese Debatte und auch die Äußerungen der grünen Abgeordneten, die zeigen jetzt ganz eindeutig, es geht gar nicht um die Frage, ob eine Rechtsgrundlage notwendig ist oder nicht. Die Grünen wollen die Bezahlkarte nicht. Immerhin, im vergangenen Jahr hat die Bundespolizei über 2.900 Schleuser gefasst, mehr als in den Jahren zuvor. Eine Nachricht, die auch im mecklenburgischen Gardebusch gut ankommen dürfte. Die Arbeitskämpfe in Deutschland, sie gehen unvermindert weiter. Auf mehreren deutschen Flughäfen sorgen Streiks auch heute wieder für zahlreiche Ausfälle und Verzögerungen in Dresden. Hannover, Leipzig, Dortmund, Wiese in Nordrhein-Westfalen sowie Karlsruhe, Baden-Baden legt das Sicherheitspersonal die Arbeit diesmal nieder. Verdi fordert höhere Gehälter sowie höhere Zuschläge für die rund 25.000 Angestellten, die in der Luftsicherheit arbeiten. In diesem festgefahrenen Tarifkonflikt, da soll es jetzt eine Schlichtung geben. Sowohl Verdi als auch die Lufthansa streben ein Schlichtungsverfahren an. Das gaben beide Seiten inzwischen bekannt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifkämpfe im Bahn- und Luftverkehr nimmt auch die Debatte um eine Reform des Streikrechts vor allem für die kritische Infrastruktur weiter an Fahrt auf. Es gibt bestimmt viele Menschen, die vor dem Wetter fliehen wollten aus Deutschland und heute nicht wegkommen, zumindest von den fünf deutschen Flughäfen nicht. Und was wir so aus Berlin gehört haben, da war gestern Streik, da hat man ja davor gewarnt, dass man heute auch wieder mehr Zeit braucht. Lohnt es sich denn wegzufliegen? Wohin würdest du denn gerne fliegen? Auch hauptsächlich in die Sonne, weißt du, Teneriffa, Las Vegas. Ich hätte dich jetzt so Typ Malediven eingeschätzt, ehrlich gesagt. So langweilig? Wie so langweilig, da scheint die Sonne den ganzen Tag. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Können wir nichts machen, außer tauchen. Naja, wir träumen von der Sonne und schauen uns unseren Regen an. Uns überquert eine Kaltfront mit einigen Regenschauern im Gepäck. Die warme Luft, die gelben Pfeile werden durch die Kaltfront langsam nach Osten abgedrängt. Kühle Luftmasten folgen, die sehen Sie hier in grün. Am Wochenende purzeln also die Höchstwerte. Schon heute wird es sehr unbeständig. Die Schauer der Kaltfront wandern zügig von West nach Ost. Fast alle bekommen davon etwas ab. Vor allem am Nachmittag und Abend wird es häufig nass werden. Bis zum Mittag bleibt es im Osten trocken. Aber am Nachmittag kommen dann auch hier die Schauer an. Im Westen geht es. Rund hier erwarten wir lebhaftes, windiges Schauerwetter. Regional sind auch kurze Gewitter und auffrischender Wind mit dabei. Die Höchstwerte liegen hier zwischen 10 Grad auf der Nordseeinsel Sylt und 18 Grad in Berlin und Dresden. Für Bayern ist die erste Tageshälfte trocken. Weil der Wetterwechsel von Westen kommt, ist es im Osten von Bayern am längsten nett. Im Südwesten zieht der erste Schwungsschauer bereits am Vormittag durch. Nachmittags kommen die Gewitter mit hinzu. Die Höchstwerte reichen hier von 14 Grad im Erzgebirge bis 18 Grad in München und Nürnberg. Am Samstag setzt sich dann kühle, subpolare Luft durch. Das kostet uns rund 5 Grad Abkühlung. Regen und Schauer bleiben uns erhalten. Am Samstagnachmittag klärt es dann langsam von der Nordsee her auf. Am Sonntag sind im Osten und Süden dann wieder gute Wettersituationen mit dabei. Die nächste Woche startet dann nass. Aber für Mitte März ist dieses Wetter völlig normal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017